ein herzliches hallo heute ist der vierte november also dieses video kann sein dass du es erst im dezember siehst kann aber auch sein dass du es vielleicht am fünften sechsten siebten oder achten januar erst vor findest nein mit sicherheit nicht denn auch dieses video ist wie das video was ich dir hier oben einblende nämlich hier mit dir auch am vierten entstanden und das war auf bitten meines freundes kai und heute ist es eigentlich auf bitten von meinen youtube freunden ralf und wolfgang entstanden die wollten unbedingt mal dass ich was von roger whittaker mache und das mache ich natürlich sehr gerne weil ich liebe auch tatsächlich die schlagermusik und auch im besonderen den roger whittaker der hat so eine ganz besondere art zu singen und ich versuche das mal so ein bisschen nachzuahmen seit seit mir nicht böse wenn es vielleicht nicht ganz so klappt übrigens flöte ich vielleicht auch das eine oder andere in diesem stückchen und ich kann auch nicht ganz so gut flöten wie der roger es konnte auf jeden fall der ja leider dieses jahr am 13 9 23 verstorben ist übrigens ist ja das ist hier oben auch eingeblendet 1936 schon geboren ich denke mal der hat ein ziemlich erfülltes leben gehabt aber trotzdem natürlich schade dass er jetzt nicht mehr da ist und von daher passt denke ich mal dieser song doch ganz gut abschied ist ein scharfes schwert eins zwei drei vier abschied ist ein scharfes schwert das oft so tief ins herr abschied ist ein scharfes schwert das oft so tief ins herr du bist getroffen und kannst dich nicht wehren worte sind sinnlos du willst sie nicht hören weiß einmal geht auch die schönste zeit vorbei stunden der liebe du hast sie besessen stunden so zärtlich du musst sie vergessen denn das leben geht ja weiter das leben geht ja weiter abschied ist ein scharfes schwert das oft so tief ins herr schmerz dir fährt du willst du willst so stark sein und hast nur noch tränen kannst dich so schwer ans allein sein gewöhnen denn schön wie ein traum ist die schön wie ein traum ist die ilarren oh 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 stunden der liebe du hast sie besessen stunden so zärtlich du muß sie vergessen denn Das Leben geht ja weiter Und jemand, der dich liebt, wartet schon auf dich Abschied ist ein scharfes Schwert Das oft so tief ins Herz dir fährt Stunden der Liebe, du hast sie besessen Stunden so zärtlich, du musst sie vergessen Denn das Leben geht ja weiter Und jemand, der dich liebt, wartet schon auf dich Und jemand, der dich liebt, spielt für dich ein schönes Lied Ja, diese künstlerische Frechheit sei mir erlaubt gewesen Ich mache solche Späße auch ganz gerne bei Auftritten Manchmal bekommt man dadurch auch nochmal ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit zurück Oder vielleicht ist sie tatsächlich sogar da Und es werden dann kurz die Ohren gespitzt Und hey, was hat der da gerade gesungen? Genau, ja, ich hoffe, dass dir meine Version Also das ist jetzt die zweite Version Dass die dir gefallen hat, auch wenn sie jetzt an der ersten Stelle ist Weil sie hat mir tatsächlich noch eine ganze Idee besser gefallen Du wirst es ja hören, wenn du dir die erste anhörst Was mir aber tatsächlich persönlich aufgefallen ist Ich bin dann doch ein bisschen schneller, glaube ich, geworden als 94 BPM Ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran Ich möchte gerne auch den Disco Fox mal wieder tanzen Abschied ist ein scharfes Schwert Ja, ich weiß, ich habe einen kleinen Vogel Aber ich hoffe dennoch, dass euch mein kleiner Vogel auch gefällt Und wenn er euch gefällt, dann gebt mir bitte einen Daumen Weil wenn ihr da zweimal drauf drückt, dann ist er ja gleich wieder weg Nein, natürlich nur einmal drauf drücken Das wäre super, da würde ich mich mega drüber freuen Und wenn du es nicht schon getan hast, freue ich mich nochmal ganz besonders Wenn du auch vielleicht ein Abonnement bei mir abschließen möchtest Es kostet nichts Und du musst dir auch nicht jedes Video anschauen Ich freue mich aber dennoch darüber Denn irgendwann möchte ich ja auch mal zum Wie habe ich das schon in einigen anderen Videos gemacht Bringt mich zum Schotter So, jetzt habe ich aber auch genug erzählt Ich verbleibe wie immer mit musikalischen Grüßen Und sende auch ganz liebe Grüße an dich, lieber Roger Da oben im Himmel Du warst ein wirklich ganz toller Lieder, Singer und vor allen Dingen auch Flöter Also wirklich unglaublich Was du musikalisch auch gemacht hast Ich habe in letzter Zeit tatsächlich nochmal, jetzt schweife ich doch nochmal ab In die Diskografie mal reingeschaut auf Apple Music Was da so alles an Songs war Er hat ja auch wirklich tolle englische Songs Vielleicht werde ich den einen oder anderen Song nochmal machen Ich habe noch ein bisschen was in der Pipeline Und ich verbleibe mit Pipeline-Grüßen Und ganz musikalischen Grüßen Tschüss, tschüss, herbstlichen Grüßen Und bleibt gesund Tschüss, tschüss Euer Michael, jetzt reicht es aber auch Knips Eins, zwei, drei, vier Abschied ist ein scharfes Schwert Das oft so tief ins Herz dir fährt Du bist getroffen und kannst dich nicht wehren Worte sind sinnlos, du willst sie nicht hören, weißt Einmal geht auch die schönste Zeit vorbei Oh, Stunden der Liebe, du hast sie besessen Stunden so zärtlich, du musst sie vergessen Denn das Leben geht ja weiter Abschied ist ein scharfes Schwert Das oft so tief ins Herz dir fährt Du willst so stark sein und hast doch nur Tränen Kannst dich so schwer sein, allein ein Gewöhnen Denn schön wie ein Traum ist die Erinnerung Oh, Stunden der Liebe, du hast sie besessen Stunden so zärtlich, du musst sie vergessen Denn das Leben geht ja weiter Und jemand, der dich liebt, wartet schon auf dich Abschied ist ein scharfes Schwert Das oft so tief ins Herz dir fährt Ja, ich werde die Fassung auf jeden Fall veröffentlichen Das ist jetzt tatsächlich die erste gewesen Vielleicht baue ich die ans Ende Ich will sie auf jeden Fall veröffentlichen Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher Ich fand irgendwie am Ende war das irgendwie so ein bisschen abgekürzt Das hätte man vielleicht doch noch mal ein kleines bisschen länger machen können Und ich glaube, ich werde es tatsächlich so machen Dass ich den Teil Oh, Stunden der Liebe, du hast sie besessen Und dann einfach damit enden Und, und jemand, und jemand, der dich liebt Der wartet schon auf dich So ist mein Plan zumindest Willstens werde ich das jetzt einfach noch mal machen Genau Und ich hoffe dennoch, dass es dir gefallen hat Die Verabschiedungsworte wirst du dann auf jeden Fall am Ende finden Ich werde dieses Video erstmal noch nicht so weit schneiden Sondern so lassen, wie es jetzt gerade ist Also, ich mache dir auf jeden Fall eine Markierung natürlich unten rein Dass du dann zukünftig vielleicht an die Stelle springen kannst Wo du ganz gerne hin möchtest Vielleicht auch noch eine kleine Geschichte Was ich noch erwähnen müsste Wolfgang, sag ich schon Roger Der Roger, der macht das ziemlich langsam Ich glaube, ich bin fast ein bisschen zu schnell Vielleicht ist das manchmal auch nicht so gut Das ist mir letztens auch bei einem Song aufgefallen Kreise von Johannes Oerding Blende ich dir hier oben mal ein Das habe ich mit der Gita Lele gespielt Auch da war ich tatsächlich ein kleines bisschen zu schnell Aber letztendlich eigentlich ist es für meinen Geschmack trotzdem ganz gut gewesen Auf jeden Fall Gut, das erstmal soweit dazu